Tja, mo Leute, herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren leckeren Folge. Heute bin ich mit Nelsty unterwegs. Nelsty ist doch gerade im Penthouse, Digga. Wir haben ein freshes Zimmer für jeden eingerichtet. Nelsty, sag mal erstmal hallo, mein kleiner Freund. Morgen. Morgen. Ich verstehe auch mal selbst in die Hand. Ist auch wichtig, wichtig, wichtig. Ja, Freunde, wir machen heute eine kleine Zombie-Session. Und zwar gehen wir hier in Cyber City und müssen gegen Zombies ankämpfen. Wir beide gegen Zombies. Ich glaube, wir kriegen das schon hin, oder, Nelsty? Wir müssen die bösen Zombies auch mal hier wegeliminieren. Das ist auch wichtig, weil es noch Halloween ist. Da habe ich zwei Zombie-Modos schon gelernt. Komm. Ja, da war ich aber der Pro-Player, hart auf hart. Oha, das ist ja übel heftig. Digga. Es ist wirklich auf Zombie-Modos angelehnt. Wow. Digga, haben wir eine Pistel. Was passiert hier? Wow. Was passiert hier? Guck mal, das ist wirklich auf Zombie-Modos. Hey. Nein. Doch. Oha. Cash. Oha. Digga, wie geil ist das denn? Zombies die ganze Zeit. Was passiert hier? Ich verstehe jetzt auch nicht. Ach so, da hast du so einen Dialog. Lass mal kurz checken. Munition oder Waffe? Nein, die Waffe. Oh, die Waffe ist Billow, aber ich habe nicht versucht, genügend Cash dafür. Die Zombies wollen uns alle eliminieren. Harley sagt, wir müssen hier einen Weg rausfinden. Einverstanden. Okay, wir gehen los. Wir machen erstmal diesen Dialog weg. Okay, die Zombies, komm, da ist die Hilfe. Ja. Oha, die machen viel Damage. Oha, wir haben nicht so viel Leben. Das ist das Ding. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Angst. Oha. Oh, jetzt. Nein, du bist gleich tot und so weiter geht's. Oh mein Gott, einer will, einer will sich ganz siegen, Digga. Ich habe so viel Cash, glaube ich, ich habe viel, warte. Ich habe 50, ich kann mir was leisten. Ey, man kann dir eine Waffe kaufen, aber die ist für ein echt trashy, Digga. Oh nein, ich habe sie aus Versehen gekauft. Kann ich weitergehen? Ja, ich muss sie immer wieder machen. Ja, mal auf mit Tanzen jetzt. Ah, Digga. Ey, Digga. Diese Waffe ist schlechter. Die Waffe. Ey, ey. Und du bist halt auch weitergekauft. Okay, weiter, weiter, weiter. Nice. Jetzt hat man mir ein bisschen Freiheit hier. Ich weiß nicht, Bro. Aber ich würde ja... Oh mein Gott, so viele Zombies. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Okay, Bro. Ein bisschen Paranoia. Ich glaube, man muss hier auf Range die abknallen. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Ja, ich muss eine Munition kaufen. Okay. Oh mein Gott. Nessie. Oh mein Gott. Digga, die sind so stark. Oh mein Gott. Ich glaube, ich überlebe es nicht. Ich überlebe es nicht. Oh nein. Ich habe eine falsche Munition gekauft. Ach, das war bis zu... Okay. Oh mein Gott. Man muss ja ernsthaft über Call of Duty so richtig hin und her laufen. Ich habe ein bisschen One-Shot, ne? Oh mein Gott. Das haben wir geschafft. Okay. Okay, wir haben wieder Cash und Ende. Ey, lass mal weiter steppen. Lass mal weitere Waffen. Wir haben Pause. Wir haben Pause. Ach so. Wir haben Pause. Wir haben Pausezeit, Digga. Ey, wir haben das echt gut gemacht. Ein Fisch. Wait. Real? Ich hole mir zwei von denen. Ey, man kann nur drei Sachen tragen, okay? Ey, 38 Sekunden geht es weiter. Gibt es eine neue Waffe? Eine Raketenwerfer. Boah, das ist mir jetzt zu riskant, Digga. Barriere 50. Hast du 50? Ja, habe ich. Habe aufgemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Random Waffe Generator. Oh mein Gott. Ich habe eine Bauwaffe bekommen. Ich habe eine Bauwaffe bekommen. Digga, AK Gold. AK Gold. Einfach random Waffe bekommen, Bro. Das ist ja wie Kongo City Zombies. Kann man Barriere zumachen oder so viel Geld? Ich weiß nicht, aber ey, ist mir ein bisschen zu eng hier. Sagst du hier starten? Ja, ist wirklich zu eng. Hier ist eine Tag an der Wand, ne? Du passt tot. Ah, hinter dir. Ah, ah. Ey, die AK ist heftig. Ah, meine Munition. Ich merke, ich habe keine Munition. Wo ist Munition? Ey, Bro, die nächste Runde geht in eine Minute. Wir müssen Munition holen. Das war schon. Ja, die ging jetzt schon. Aber der Gang war auch echt eng. Komm, komm, komm. Wir gehen Munition holen. Wo geht man Munition holen? Ah, hier direkt. Die Munition ist ganz. Ich habe ja schon eine richtig gute Waffe jetzt. Hat er für schwere Zeit auch Pistole. Okay, ich habe wieder gut Munition. Lass uns einen guten Spot krallen. Ja, jetzt mach es. Ja, Mann. Das fühlt sich viel besser an jetzt mit der Waffe. Ohne Witz. Ich fühle mich richtig mächtig gerade. Boah, mal sehen, wie weit wir kommen, Nasty. Die nächste Welle kommt, Leute. Nasty und ich sind hier gerade sehr aktiv am Start mit meiner neuen AK. Fühle ich mich auch gerade wie ein Weltmeister. Ah, und wir haben 60 Punkte bekommen für die Runde. Es geht weiter, Nasty. Ich glaube, man kriegt exponentiell je Runden win, kriegt man aber mehr Punkte. Weißt du, dass meine? Boah, Digga, ich habe die hart abgeknallt. Okay, ich habe Munition holen. Alles gut, die kommt schon nicht. Ich kaufe eine Kiste, warte. Ja, ich will auch eine Kiste. Ich will unbedingt noch eine geile Waffe ziehen. Das ist ja richtig geil, Digga. So, was bekommst du? Oha, drei Slope Fische. Ich habe noch einen dritten Slope bekommen. Warte, warte. Ey, ich habe eine MP bekommen. Oha, muss das nicht sein. Let's go. Die Runde startet. Oha. Das muss reloaden. Aber es geht schnell. Pass auf, pass auf, Zombies kommen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Ende, oder? Ich weiß nicht, ob es unendlich geht, aber es hat so einen Algorithmus, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall richtig drin im System, gerade. Komm, wir müssen richtig Geld sammeln, Digga. Ich teste die MP aus. Oha, die MP ist auch nicht schlecht. Die MP ist auch nicht schlecht, Digga, ich muss zugeben. Die MP ist wirklich nicht schlecht. Oh my God, ich habe sie schon eine Rückwaffe bekommen. Nein, zeig mal. Ist hier heftig. Ey, warte, ich will auch einmal testen, ich will auch einmal testen, was ich bekomme. Ey, nein, die Kiste ist kaputt. Ey, wollen wir weitergehen, Nasty? Komm. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ich habe Geld, ich habe 300er, ich bin rich. Okay, Bro, wie ist das hier in der Kanalisation, Nasty? Das sind Munitionen, das sind ein Safe-Port. Das ist ein Safe-Port, hier sind Munitionen, okay. Ist das ein Perk? Nein, sag nicht, hier gibt es Perks. Doch. Ah, nee. Nano-Reload. Nano-Gaming ist auch hier. Oh my God. Warte, zeig mal, was ist das? Äh, oh my God, der hat mir in meinen Rücken gekratzt, der hat mir die Schulter massiert, Digga. Was war das gerade? Das ist auch wieder respektlos. Find all powers to return on Nano-Reload. Wir müssen irgendwas finden. Oh, jetzt kommt der MP, Digga. Ja. Oh my God. Wichtig, Digga. Wir sind ein böses Du gerade hier. Okay. Also wir haben jetzt genug Zeit. Also wir checken mal erstmal ab, was man hier machen soll. Gibt es hier eine... Ah, die Kiste funktioniert nicht, die ist leider kaputt. Äh, ah, hier. Wir müssen hier was hacken, komm mal her. Ich habe was rausgefunden hier. Guck mal. Wir müssen hier halten. Okay, dann haben wir das schon mal. Ah, warte. Die Powerbox ist restored. Wir müssen jetzt alle finden. Wir hätten es so machen müssen, dass man diese Zombies jetzt nicht hier so hört. Das wäre richtig geil dann. Da gehen wir runter. Ob nicht, dass es eine Falle ist, Nasty. Das hast du sehr gute Fallen-Vibes hier gerade. Oh my God, oh my God, oh my God. Was passiert hier? Nein. Nein. Okay, es geht los. Zombies. Sehr schöne Sache. Easy. Oh, man kriegt auch gut Cash, Digga. 50 gerade auf Leckerli. Sehr schön. Die Pistol ist auch heftig, ne? Ey, man müsste eigentlich Package punchen können. Das wäre auch geil. Pistol ist meta. Hier kann man noch hacken. Ich hack schnell, du klärst das. Ich durchkläre das schon. Hack du so lange. So, hast du hingekriegt? Boah, die Map ist voll riesig, Digga. Die Map ist echt riesig. Das ist richtig gut gemacht. Kann man hoch? Ja, man kann hoch. Lass erstmal noch hier chillen. Ich bin erstmal hier die Gegend abchecken. Was gibt es denn hier alles so schönes? Hier gibt es wieder Slurpfisher. AK gibt es normal, richtig. Aber lohnt es dir eigentlich. Wie schön hast du? Oha, es gibt Boombox. Boah. Den würde ich definitiv austesten. Das ist abvermäßig. Ja, den würde ich auf jeden Fall mal austesten. Hier gibt es noch so einen Laden, Bro. Da kannst du neue Sneaker kaufen. Die neuesten, freshen Nikes. Was ist das? Ey, du play Arcade. Hier kann man spielen. Ich glaube, das ist so Dead of Zombies. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bin ich hier gelandet? Was passiert hier gerade? Oh nein. Oh oh. So Freunde, wir müssen ab hier jetzt nochmal neu starten, weil irgendwie hatten wir das Spiel so frühzeitig beendet. Keine Ahnung warum. Aber wir sind jetzt hier wieder in dem Raum hier, in diesem Treppenhaus. Das sieht aus wie ein Shopping Mall, oder nicht, Nasty? Was sieht aus wie so... Gib mir mal so 15 Münzen. Ich kann das direkt aufmachen. Das sieht echt interessant aus. Ey, wo ist die Kiste? Ich will wieder random Waffen ziehen. Wer schießt? Das ist wirklich sehr interessant. Oh, hier sind Minen. Unten ist die Kiste. Aber die ist hier an. Die ist auch rot, ne? Oh, wo ist denn die Kiste, Digga? Hier kreide ich mal wie vor Munition. Sehr wichtig. Und mal hier lecker die Munition, Freunde. Oh. Oha, Nanostim. Was ist das? Digga. Krank, Digga. Heftig. Die haben das ja übel heftig gemacht. Ich muss zugeben, das ist einer der geilsten Creative Mops überhaupt. Die haben wir echt gut gemacht. Da könnte man immer nur neue Maps und so machen. Aber die haben die echt super gemacht. Also GG an den Machern. Mapcode ist da oben, seht ihr ja gerade. Übertrieben heftig. Übertrieben heftig. Einfach nur geil. Das macht echt Laune, muss ich zugeben. Aber ich will eine neue Waffe haben. Wo ist hier die Kiste? Wir droppen ja alles mit Pistol weg. Aber die Pistol ist auch stark, Leute. Pistol ist Meta-Waffe. Schön auf Head, Freunde. Boah, hab richtig Cash bekommen. Leute, Nancy und ich, zerstören hier gerade alles. Oha, das ist ein unschäftlicher Zombie-Bange. Komm mal runter. Ja. Oh mein Gott, ich hab keinen Moon. Ich hab keinen Moon. Ich hab keinen Moon. Hilfe. Hilfe. Ich kann nicht runterjumpen. Das ist die nächste Barriere. Okay. Warte, ich will nicht sehen. Aber erst mal brauch ich einen Moon. Oh, ne Waffe. Mir geht's nicht gut. Hilfe. Komm. Äh... Wait. Wir sind auch wieder hier zurück in der Stadt, oder wie, ne? Aber andere... Oha, wie sieht das hier aus? Alter, guck mal nach oben. Krank. Oha. Oha. Warte, hier. Hier ist was, hier ist was. Ah, schade, das ist auch wieder. Was ist das? Nano UPS. Nano UPS. PS. Direkt auf Versand angelehnt. Guck mal, die kommen hier gar nicht durch, Nasti. Wir haben einen Trick herausgefunden. Wir haben einen Trick herausgefunden. Wir haben die hart gescammed gerade. Wir haben einen Meta-Move. Das ist wie so ein Glitch im Zombie-Motor. Wir haben einen Glitch herausgefunden. Und dann ist das Kumpel-Gerät. Oha. Digga, wir haben alles aber rasiert jetzt. Ja. Wir haben alles rasiert. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Ja. Wir haben Glitch herausgefunden. Wir haben das Spiel gehackt. Digga, wir haben einfach jetzt schon gehackt. Guck mal, wir fahren jetzt richtig Geld und gehen jetzt zur Kiste, okay? Wir holen uns die Baba-Waffen. Wir müssen jetzt einmal diesen Trick hier ausnutzen, um einmal rich zu werden. Er muss auch mal rich werden. Komm, wir gehen weiter. Lass mal wieder hier hochgehen. Wie gucken wir jetzt hier? Oh, 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 oh. Zombie-Armee! Wir waren noch nicht hier dringend dran. Ah, Digga, ah, mein Rücken. Ah, mein Rücken gekrault. So. Lass mal wieder hier rein, komm. Okay. Was ist hier versteckt? Das ist so ein Ding, man versteckt sich hart auf, was hier rein. Hier ist, da, nee, da gehe ich auf jeden Fall nicht mehr hin. Das ist auch wieder der gleiche Hase. Okay. Okay, wir starten diese Runde. Komm, ich, kommt her. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Nee, ist die Hilfe. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die werden stärker. Die werden länger. Nein. Oh, die überleben langsame ordentlich was, ne? Die werden wirklich stärker gerade. Leute, wie sollen wir das schaffen? Was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir hin? Ich weiß nicht. Wir müssen ein Rundes Campen. Warte, was hier? Ich habe auch nicht mehr. Irgendwo muss es die Kiste geben. Wer ist die? Pass mal zurück. Pass mal zurück. Wir müssen was finden hier. Hier runter müssen wir liegen. Wir müssen auf jeden Fall, ja. Die Runde müssen wir noch machen. Mal gucken, mal weiter. Komm, zurück, komm, zurück. Wir müssen nicht heilen. Erstmal ein Zombie überleben hat. Ein Zombie. Das ist so diese Call of Duty-Zombie-Taktik. Wie ist eine? Aber warte. Irgendwo fehlt doch eine Box und irgendwo muss doch auch eine Kiste sein. Weißt du, Meiner? Ja. Das macht doch gar keinen Sinn hier. Komm mit, Nasty. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Oh mein Gott. Ja, es wird nicht sein. Oh mein Gott. 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 Wow. Das war gefährlich gerade. Nimm mal einen M4. Ich habe auch schon gesagt. Okay, okay. Let's go. Her damit. Gratis M4. Nimm mich immer mit. Hier ist auch nichts. Wir haben irgendeinen Durchgang vercheckt. Irgendwas. Irgendwas, Nasty. Hier, komm. Ich habe gefunden. Hast du es gefunden? Da. Jetzt müsste ich... Ja, alles an. Alles an. Alles an. Okay, wo war die erste Box? Ey, hier war doch eine Box irgendwo, oder? War nicht hier irgendwo eine? Komm, 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 komm. Okay, komm. Jetzt bin ich gespannt, wie die Superfähigkeiten sind. Ohne Witz. Hä? Das stand doch gerade, das waren noch alle, oder nicht? Ja. Aber vielleicht kann man sie mit einer Runde machen. Fehlt noch einer. Müsst mir noch weiter zurück, vielleicht. Aber da stand doch All Dings Restored. Eigentlich schon, ne? Leute, das war ein bisschen auf Scam angelehnt gerade. Wir haben noch alle angemacht. Wait, wait. Oh mein Gott, die schlucken ordentlich. Boah, Digga, die schlucken mittlerweile hart. Nasty, wir teilen uns auf. Wir suchen jetzt die Versteck, die Mystery Box, ne? Und wir suchen den letzten Schalter, falls es noch einen gibt. Irgendwas haben wir noch falsch gemacht. Wir sind ja noch Noobs. Wir kennen das ja nicht aus. Wow, ich habe gefunden. Komm. Nein, du hast echt gefunden? Ich glaube schon. Was wirst du das? Ich kann es auch kaufen bei mir. Ehrlich? Ich will kommen. Warte, wo bist du? Nein, ja. Aber nein, jetzt kann man nur direkt hier zum Sänger hin, Digga. Hey, wait, wait. Was hat das jetzt gebracht? Was hast du aufgekauft? Jetzt kann man... War nur eine Abkürzung? Ja. War nur eine Abkürzung? Also ruhig, respektlosen Bots. Oh mein Gott, die sind so stark geworden. Wir müssen jetzt irgendwie... Digga, das ist voller Scam, Digga. Davor war doch eine Mystery Box am Start. Auch hier vielleicht irgendwo in der Box. Ey, Nasty, ich kaufe jetzt den Raketenwerfer. Ich kaufe jetzt den Raketenwerfer. Ist mir egal. Es geht zu weit. Es geht einfach zu weit. Nein. Ich kaufe die Raketenwerfer für 800. Für 800. Oh mein Gott. Warte, lass mal alle Zombies zusammenhorten. Lass mal alle Zombies zusammenhorten. Das ist verbuggt, Bro. Weil wir haben alle Boxen gefunden. Und da steht trotzdem, dass wir alle Zombies sind. Komisch. Egal. So, warte. Wir sind alle zusammengehort. Oh nein, wie viel Damage macht der? Oh, 390. Der ist unnummern stark, Digga. Unnummern stark. Das ist die heftigste Waffe, glaube ich. Wir gucken noch ein bisschen hin und her. Kann ja sein, dass wir echtes Versehen haben, oder? Ne, ich weiß nicht. Hier, Search. Man kann hier was suchen. Wo? Was? Ich habe es gemacht. Ah, ich habe es gefunden. Jetzt geht es weiter. Ah, du hast die Story weitergemacht. Heftig. Äh, schickst du Slipstream. Da stand irgendwas. Warte. Slipstream. Wir waren da draußen, ne? Glaubst du, das ist dann hier irgendwo in der Nähe? Wir haben voll die harten Missionen hier. Das ist ja nicht auf Among Us angelehnt. Das ist ja schon auf Zelda angelehnt. Among Us Mission. Ich schwöre es dir. Hier ist die Kiste. Nein. Nein, wo bist du? Wo bist du? Ich komme. Du bist ja komplett am Anfang, ne? Ja. Ich komme, ich laufe schon. Gold ist für ihr Sturmgewehr. Nein, du hast nicht ein goldener AK bekommen. Ja. Nein, die hat sich letzte Runde krank, Digga. Warte, warte. Ich werde mal gucken, was ich bekomme. Es wird Zeit zu upgraden. Boah, ist voll schwierig, ob so eine Kiste zu finden. Boah, Rakete wäre so heftig, Digga. Sechs Leute auf einen Schlag gerade rasiert. Die sind gleich fertig. Nein, ich habe mich selber umgebracht. Du bist so schlecht. Ist mein Loot jetzt weg? Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Nein, du bist jetzt in der Spektate-Zone. Wenn ein Spieler so weißen, dann kümmern sie sich. Das ist schlecht. Nein. Nein, Digga. Das war's auch wieder. Ich liebe wieder. Ich bin am Start. Hast du Geld? Ich habe Geld, ich habe Geld. Wo sind die Waffen? Oh mein Gott. Direkt. Oha, Double Barrel? Was gibt es noch? John Wick? John Wick? Oh mein Gott, nur Scheiße gezogen. Du bist dran, du bist dran. Komm. Okay, guck. Blauer Arcade. Was mache ich? Was kriege ich? Oh, Tactical Shotgun. Okay, die Kiste ist absolut lost, Digga. Die Tür, komm. Zeig mal die Tür. Wo kommen wir nach? Oha. Kommt. Oh mein Gott. Minigun. Was? What? What? Für 550 Metall. Wie bekommt man Metall? Da stand ja irgendwas in Arcade. Attribut aus. Hier ist so ein Port-A-Port-mäßig. Ach, im Arcade-Game bekommt man die Metall. Aber wir haben doch gerade Arcade gemacht und dann war die Runde vorbei. Ich glaube, das war, weil wir das noch nicht frei hatten oder so. Ja, wir können ja gar nicht probieren. Aber lass doch erstmal hier. Ey, ich will mir gerade meine Waffe austesten. Komm, schnell zum Arcade-Game. Oh, der One-Shot-Tit, Digga. Detekt. Headshot. Ja. Ja. Hat was. Nein. Nein. Da steht doch eins. Das haben wir alle. Jetzt. Jetzt haben wir alle. Powerbox-Restored. Jetzt haben wir alle. Oh mein Gott, da steht doch die Zahl. Wir sind so schlecht, der ist die. Ey, wo sind die extra Fähigkeiten? Da stand immer ein. Oh. Wir müssen wieder hier durch, irgendwo. Komm. Komm mit. Komm mit. Komm. Wo gehen wir jetzt hin? Hier. Hier, hier. Oder warte. Hier ist was. Das haben wir noch immer das Zeichen. Nein. Nein. 200. 200. Ich habe nicht so viel Geld. Lass mal starten. Oh, Cash. 200. Komm, ich gebe dir mein Cash. Leider, warte. Okay, Leute. Nano-Charge. Oha. Warte, warte, warte. Ich bin schneller. Oh mein Gott. Digga, ey. Was ist der? Ja, die Mäht. Hallo, Kiste. Waffen-Generator. Hier ist die Kiste. Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Moon. Ich habe keine Moon. Ich habe keine Moon. Wo kann ein Moon holen? Wo ist Moon? Wo ist Moon? Komm weiter, direkt. Das weiter, komm. Komm, 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 komm. Aber ich merkte über den Waffen-Generator. Ich will noch sehen, was der Waffen es gibt. Hier ist ein Perf. Nano-Stim. Nano-Stim, was bringt das? Mehr Leben, mehr Leben. Mehr Leben. 250 Schild und 75 Ding. Oha. 250 brauche ich. Ich bin noch ein bisschen broke dafür. Habt auf, ich brauche nicht mehr leben. Ich bin der Beste. Ich lasse mich nicht mehr hinten. Lass mal gucken, wo die anderen Sachen sind. Komm. Digga, an sich heftig, heftig gemacht, ne? Allein ist es so rot bis jetzt. Aber warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, heftigere Zombies. Es kommen heftigere Zombies, Stassi. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Oh mein Gott, stärkere Zombies. Ey, sag mir nicht, später kommen diese Fettsack-Zombies. Sag mir nicht, kommen diese Fettsack-Zombies. Das wäre ja zu heftig. Aber ich bereue ein bisschen, dass ich kein Leben genommen habe. Was ist das? Nano-Reload, da können wir schnell in der Nacht haben. Oha. Ich hab Dreck geholt. Oh mein Gott, die sind so stark. Die sind so stark. Oh mein Gott. Ich lad nach. Ich kann nicht mal nachladen. Ich hab keine Munition, bro. Warte. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Nessie. Nessie, ich bin so... Die sind so stark geworden. Ich schwör's, die sind so stark geworden. Oh mein Gott, warte. Das Video war in einer Millisekunde gerade. Ey, der liegt in einer Millisekunde nach. Hä? In einer Millisekunde, Nessie. Guck mal, unten links. Oh mein Gott, unten rechts, Leute. Oh mein Gott, Leute, guck mal. Jetzt gleich unten rechts. Ich lad nach. Guck mal, guck mal, guck mal, jetzt. Eine Millisekunde, Leute. Direkt weiter. Oh mein Gott. Die Zombies sind so stark geworden. Die Zombies sind so stark geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat mir eine Bombe gegeben. 20er Hit. Er hat mir eine Bombe gegeben. Egal, das ist eine ernste Sache gerade geworden. Wenn wir weitergibst, glaube ich nicht. Es gab noch mehr, es gab noch mehr. Da hast du 300 Scheiß drauf, komm. Komm. Hier ist noch ein Perk, glaube ich. Na, eine Reform. Ich glaube, da können wir wiederbleben oder so. Okay, heftig. Wir haben alle Perks. Und wo ist die Kiste? Hier ist die nicht, die ist doch zu. Die war doch weiter. Nee, die war doch woanders. Wir waren bei der Kiste, aber ich habe vergessen, wo die war. Hat er fast, wir müssen das Arcade-Gate machen und die Minigunne auscatchen. Ich schalte mal alles aus hier bei mir. Wo, 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 wo? Ausschalten. Ausschalten. Ich kann gar nicht ausschalten. Ich kann gar nicht. Das kannst du nur tun. Bei denen, die, bei denen, wo Feuer sind. Ah, okay. Ey, die töten mich, die töten mich, Nassi. Ich habe keine Munition. Warte, Nassi. Ich kann da auch nicht ausschalten. Ich muss gucken, wo Munition ist. Ich bin so am Sterben gerade. Ja, komm schnell. Warte, Munition, Munition. Ich habe ein Tabelschnapperung an. Ja, warte. Sag, wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Komm, Bro. Der braucht seine Nahrung. Er braucht sein bester Angus. Er isst gleich Kutty und Candy, Mann. Nein, da darfst du nicht aufessen. Ich sage es, ich glaube, wenn man länger spielen würde, ich glaube, da würden diese Fettzack-Zombies kommen, aber das wäre zu overpowered. Aber so ab und zu so, aber nur Fettzack, das wäre zu overpowered. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, hätte ich meinen Rocket Launcher, da hätte ich alle One-Shotten können. Karte-Game ist drin, glaube ich. Komm mal rein. Ja, war drin. Ich glaube, ja. Also, Meta ist, ich glaube, die Waffen, die ich habe, sind die besten. Normale MP. Irgendwo muss es auch Pack-A-Punch geben, Hart-A-Fort. Komm mal unten auch, wo die Kiste ist. Arkade-Game war irgendwo dann Raum, Nassi. Warte, ich will noch einmal Boombox. Ja, Boombox ist wichtig. Boah, der geht da hin. Der geht da hin sogar. Okay, komm, 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 komm. Okay, wie schön beide. Geh mal in die andere Ding. Geh mal in die andere Ding. Ja. Bitte. Okay, Digga, das war es auf jeden Fall. Arkade-Funkt sieht gar nicht. Wir werden kommentieren nicht, wir sind ganz Freunde. Ich muss zugeben, ich muss wirklich zugeben, richtig geil. Hat richtig Laune gemacht. Also, ich denke, da ist noch Potenzial, das noch aufzubessern. Ich darf Arkade nur alleine machen. Vielleicht darf man Arkade nur alleine machen. Stimmt, das macht Sinn. Aber, geiles System. Ihr könnt Waffen aus random aus Kiste ziehen. Also, es ist wie Call of Duty Zombies eigentlich in Fortnite. Es ist richtig nice, Runde. Checkt es auf jeden Fall ab, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like da. Checkt es auf jeden Fall ein Nassi ab. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, da alle echte. Und tschüss. Ich habe Aufnahme gar nicht gestartet. Spaß.